oder machen wir zumindest unbewohnbar für npcs oder wir setzen einfach eine bombe rein wir machen es zu einer ruine einfach weil ich es gebaut habe wir gucken einfach mal was bei wo kommt und du einfach unzufrieden bist mit meiner bauart was durchaus möglich ist im moment habe ich so einen leichten gedanken aber mal gucken da wird das wird schon gehen das werde ich einbauen können nein das kannst du nicht glaubt du kannst es nicht und wieder brauche ich eine werkbank wo habe ich denn hier einfach mal ausprobieren ich überlege und überlegen gerade an meinem eigenen turm nicht hoch bedeutet es ist schon mal so ein technischer design fehler noch nicht ganz ich habe die tür aufgelassen das kann problematisch ja da bin ich ein profi alle zumbies stellen mir einfach gleichzeitig ins ohr ist ein beruhigendes vibrationsgefühl auf den ohren sei ehrlich du hast das doch gern vielleicht also ich habe nicht so viel dagegen wie manch andere vielleicht so das ist das dann wollte ich davon was und wo haben wir es noch wenn ich dreckwand holzwand vielleicht ein bisschen mehr vielleicht lege ich hier noch mal ein bisschen was ab nein hier ist alles voll war ja klar ja aber eine ist noch komplett leer nein die war leer die war leer genau irgendwo habe ich auch eine kiste reingelegt das heißt theoretisch hätten wir noch eine kiste ja da waren noch drei goldkisten ja oder so so unterschauen wir mal ich habe wieder totale grüße gemacht ich kann mich gerade nicht ganz anfreunden wie ich hier den abschluss machen soll aber jetzt habe ich so eine kleine idee am besten mit einem guten durchschnitt also ich fand das jetzt nicht so verkehrt wenn du einen abschluss macht mit guten noten es regnet es regnet es regnet die elbe nass ganz nass extrem nass extrem nass extremes nass sein engaged so kann man doch nicht bauen ich weiß nicht ob ich so bauen kann mit so viel verfluchten scheiß der hier um mich rum kräuselt geht mal alle weg geht mal wo ihr alle wohnt ja aber sie wollen vielleicht nicht dorthin gehen wo sie wohnen weil dort wo sie wohnen ist halt echt scheiße so was ist das dann okay man kann nicht den super mario auf den augen machen ich bin gerade drauf gesprungen aus irgendeinem grund warum machst du das weiß ich nicht aus irgendeinem grund kommen jetzt auch so viele augen hier geht mal alle weg ja beim bauen ich habe keine lust zu kennen also im moment nerven die monster echt so ein bisschen ja wenn er halt bauen möchte das ist halt ja und du kannst ja nicht einfach mal wie ein minecraft ausschalten das stimmt minecraft kannst ja mal eben sagen naja jetzt will ich bauen ne macht mal dass ihr wegkommt nein wir sind hier die ganze zeit geh weg ach jetzt habe ich keinen hammer ne ich brauche den hammer ich brauche den hammer it's hammer time so mal sehen was bräuchte für den hämmer schon stopp hammer time ja ich verreck jetzt einfach weil ich es nicht schaffe einen doppelsprung anständig anzuwenden so könnte ich jetzt hier theoretisch alles noch mal ein bisschen anders mal beziehungsweise ich könnte auch ja könnte ich machen wir das mal da hin machen wir zack 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 das ist doch scheiße hat sich doch gerade gegenseitig was getötet irgendwas hat damage bekommen und konzentriert im bauen bin ich auch selten mich ärgert einfach gerade die blöden monster hier die blöden? ja die sind einfach nur nervig gerade so wo habe ich denn die zwei türen die habe ich da extra mitgenommen ne das sieht scheiß aus so habe ich die türen jetzt auch nicht mitgenommen ne anscheinend nicht aber habe ich sie reingeschaut wir wollen das jetzt ja schon grundsätzlich nicht mehr da ok hm sieht irgendwie angeschlagen aus egal wird schon jetzt mal hell werden damit man mal ein bisschen besser sieht wird langsam hell danke wird auch Zeit dass es hell wird kommt hier wieder so ein schleif an mit so einem Regenschirm ja ich glaube das kann man dann so machen wenn du das sagst ich weiß es noch nicht ich weiß es echt noch nicht ich frage dich ja schon wieder wo meine zwei türen die abgeblieben sind irgendwo irgendwo in deiner linken Hosentasche warum links? weil du selten was in deiner linken Hosentasche packst wahrscheinlich ich habe keine ahnung ich habe das jetzt einfach mal so gesagt ach komm du sollst zerstört aber hier wieder die Wände es ist nicht wahr wer zerstört die Wände? ich zerstöre die Wände aber und dann baue ich die falschen Wände hin dann bau doch einfach die richtigen Wände hin ja mache ich ja auch so ähm dann gehe ich mal kurz hier rüber und schau mal macht das Licht? ja noch so ein komischer fliegender Fisch der da mitspann ich will ja ganz vergessen dass die Dinger Damage machen ja weil Regen ne? ja aber ich dachte nur die sind so zierde da und fliegen hier so rum ne ne die sind auch da um dich zu ärgern mhm wie fast alles in diesem Spiel ja nur fast alles mhm da find ich bestimmt auch noch was besseres mhm da jetzt nicht langsam verschwindet dann rastst du aus du bist ich treff das scheißvieh auch nicht hm hm ne das nicht das nicht das ist eigentlich auch 48 von drei Schleime gerade bei dir mhm im Moment nicht also die riesen Viecher sind alle bei mir dann ja so könnte man es ausdrücken ich gucke halt immer noch so was man jetzt so schönes machen kann ich brauche auf jeden Fall so ein Ding was ist denn das hier nee 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 und Domino Pfeile wollte ich jetzt auch nicht bauen klingt komisch ist aber so hm 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 nice irgendwie nicht ähm aber sie wollen nerven es macht kein Spaß so zu bauen oh komm oh 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 doppelte fliegende Fische ne weißt du da ist die Nacht vorbei freust dich dass die Nacht vorbei ist und dann kommt der Scheiß an und du willst doch nur bauen und du willst doch nur bauen einfach nur mal bauen auch wenn wir jetzt grad nicht die unterhaltsamsten sind ja das liegt ja auch daran weil man sich drauf konzentrieren möchte um was schönes zu bauen und dann kommt aber nicht dazu wenn die ganze abgelenkt wird ja scheiß fliegende Fische und scheiß Schleime mit Regenschirm ich scheiß auf Regenschirme ich hab keinen Regenschirm ich brauch keinen Regenschirm dein danke das sind wahrscheinlich Versicherungsverträger für für scheiß Regenschirme Versicherungsvertreter Fische nein Schleime achso ne die solche die die schleimen dich erstmal voll einfach mal weil sie es können weißt du und wollen dir dann so einen scheiß Regenschirm verkaufen Versicherungsvertreter Schleimfische ja ungefähr es kommt schon relativ den ganzen hier sehr nah nein danke ich will keine Regenschirme kaufen danke doch Regenschirme wie mir ach ne so ich häng hier gleich so ein Schild auf weißt du so mit deren Bild drauf wo drauf steht wir müssen leider draußen bleiben Regenschirme nein danke wie geht das wieder los so kann ich denn jetzt hier ja das kann ich und den wahrscheinlich auch voll ist halt nur wo ist jetzt nicht so hübsch vielleicht kannst du auch noch umstellen schon mal ja die